Musik Einsamkeit ist tödlich. Menschen, die vereinsamen, können daran sterben. Das sagt Professor Manfred Spitzer, die ich sehr herzlich begrüße im Dialog. Sie sind Hirnforscher und Sie warnen vor einsamen Menschen in unserer Gesellschaft. Kennen Sie das Phänomen Einsamkeit auch selber? Sind Sie einsam? Manchmal, ja. Ich muss sagen, ich war das eigentlich früher nie, weil wir waren zu Hause fünf Kinder und dann hatte ich selber fünf Kinder und wir waren nur Family und da war immer was los. Aber irgendwann sind die aus dem Haus und irgendwann mal ging die Beziehung zu Bruche und dann ist man irgendwann mal ganz allein. Und dann hat man tatsächlich schon auch, plötzlich denkt man nach, über Dinge, die hat man früher, ja, waren gar nicht auf dem Radarschirm. Ja, und das ist, ja, das hat dann auch einen Ausschlag gegeben, dass ich dachte, was weiß man denn? Und ich stolperte dann immer wieder über die verschiedensten Dinge und so kam dann letztlich ein Buch zustande. Letztlich hat das auch mit mir was zu tun, natürlich, klar. Sie haben auch Bücher über den Zusammenhang zwischen Hirnforschung und Computern und der Entwicklung von Kindern geschrieben. Jetzt gibt es auch schon direkt Kritik an diesem neuen Buch mit der These, Einsamkeit ist tödlich. Da wollen wir aber darauf zurückkommen noch. Wir müssen erst mal feststellen, das ist ein Phänomen, was unglaublich häufig in der Gesellschaft ist. Also die Menschen, die befragt werden, und es gibt große Untersuchungen dazu, sagen durchaus zu 10 bis 15 Prozent in Deutschland, ja, ich bin einsam. Ist das ein bisher unerkanntes Phänomen? Also ich will mal sagen, auf dem Radarschirm der Wissenschaft war es schon länger. Aber es ist tatsächlich so, dass es noch nicht so viel erforscht wurde und vor allem auch, dass es schleichend zugenommen hat. Also früher gab es das viel seltener. Ein Beispiel, in dem kleinen Dorf Lengfeld im Odenwald, wo ich herkomme, da gab es, als ich klein war, sechs Gastwirtschaften, Kneipen. Heute gibt es keine einzige mehr, vielleicht eine halbe, wenn man das mal großzügig nimmt. Also man hockt zu Hause vor einem großen Bildschirm und es wird ja unterhalten, aber man ist nicht mehr beieinander. Und das sind heftige Unterschiede, die schleichend passieren, die sind auch ganz langsam über Jahrzehnte hinweg passiert. Wir fragen heute nicht mehr nach dem Weg, wir zücken unser Smartphone. Und je weniger wir uns gegenseitig nach dem Weg fragen, desto weniger ganz kleine Mitteilungen geben wir uns. Und die sind aber der Klebstoff unserer Gesellschaft, die sind das Schmiermittel, dass das alles rund läuft. Und wenn wir dieses Urvertrauen nicht mehr haben und nicht mehr entwickeln, dann geht es uns immer schlechter. Und da weise ich darauf hin, mit den Folgen bis hin zu, ja, Mortalität steigt aufgrund von Einsamkeit. Weil das sind Studien, die sind so groß und so dick und so klar, dass es einem schon erst mal die Sprache verschlägt, wenn man die liest. Es gibt Untersuchungen, empirische Untersuchungen, etwa zum Beispiel an der Universität in Bochum von Professor Michael Luhmann. Die sagt auch, ja, Einsamkeit ist ein gefährliches Phänomen. Sie sagt aber, das muss erst einmal so eine Art von Chronik haben. Also das muss chronisch werden. Wenn man mal gerade einsam ist, sich einsam fühlt, das reicht für eine Krankheit, wie Sie sie beschreiben, nicht aus. Sie sagt aber dann auch, wenn es chronisch wird, wenn es eine Krankheit wird, dann ist das wie 15 Zigaretten am Tag. Sehen Sie das auch so? Ja, sogar wirklich nach den Daten, die wir heute haben, schlimmer als 15 Zigaretten am Tag. Also wenn man sich einfach anguckt, was macht hoher Blutdruck? Der macht eine Erhöhung der Sterbewahrscheinlichkeit. Rauchen macht das auch. Übergewicht macht das auch. Alkohol auch. Einsamkeit ist größer als jedes von denen. Also die Zunahme des Risikos des Sterbens durch Einsamkeit ist größer als die durch Rauchen, größer als die durch Übergewicht, größer als die durch Bluthochdruck. Und diese Daten, die kamen zum ersten Mal 2010, wurden nochmal bestätigt an noch viel mehr Leuten. 2010, das waren 300.000 Leute, die man untersucht hatte. Dann waren es dreieinhalb Millionen und es kam genau gleich nochmal raus. Und um das auch zu sagen, wichtig ist, es geht sowohl um die tatsächliche soziale Isolation und es geht um das Gefühl, ich bin einsam. Das ist nicht dasselbe, das muss man trennen. Es gibt Leute, die fühlen sich einsam und sind unter Leuten. Und es gibt Leute, die sind überhaupt nicht unter Leuten, fühlen sich aber nicht einsam. Es hat nicht was nur ursprünglich mit Alleinsein zu tun. Nee, nee. Es ist vor allem das Gefühl, ich habe niemanden, der mich vielleicht unterstützen könnte. Also Menschen haben sowieso nicht so viele andere Menschen, wo sie zum Beispiel nachts um drei klingeln könnten. Kann ich bei dir auf der Couch übernachten? Mir geht es gerade nicht so gut und ich habe auch noch meine Wohnung verloren. Wenn man mal in sich geht, wie viele Leute hätte ich, wo ich das machen könnte? Dann, der Durchschnitt liegt so bei drei bis fünf. Mehr sind das ja gar nicht. Und wenn die wegbrechen oder wenn die aus irgendeinem Grund, man die plötzlich nicht mehr hat, dann gerät man in so, relativ leicht, in so eine chronische Vereinsamung, die eben objektiv vorhanden ist, aber dann eben auch erlebt wird. Und wenn das dann abwärts geht, ist man schnell drin in der Falle und da rauszukommen ist nicht leicht. Aber das heißt auch, es geht auch um die Qualität dieser Beziehung. Sie widmen ja das Buch Ihren besten Freunden. Das heißt nicht Ihren Freunden, sondern Ihren besten Freunden. Richtig. Das heißt, Sie machen da auch noch Unterscheidungen. Hat das was damit zu tun, dass wir uns zwar in Gesellschaft wohlfühlen, diese Gesellschaft auch brauchen, aber dass es eine besondere Qualität sein muss, um für sich selber und das ganz unegoistisch, sondern tatsächlich für uns selber als Menschen, als Gesellschaft etwas daraus zu schöpfen. Nämlich ein Selbstbewusstsein, ein Wohlgefühl. Warum fängt das denn an, immer seltener vorzukommen? Ja, weil wir immer weniger Gelegenheit haben, durch die Art, wie wir unser Leben einrichten, tatsächlich Zeit miteinander zu verbringen. Wir verbringen ja ganz viel Zeit mit Medien, aber Medium ist ja das Vermittelnde. Und vermittelnd heißt, da ist immer was zwischen uns, nämlich ein Bildschirm oder ein Lautsprecher oder zweimal auf jeder Seite oder sowas und eben nicht Unmittelbarkeit. Und es ist genau diese Unmittelbarkeit, so wie wir jetzt gegenüber sitzen, die uns gut tut, die wir brauchen als Menschen. Und das ist so dieser soziale Schmierstoff, der sich bildet, wenn man miteinander kommuniziert. Und dieses direkt, nicht mediale Kommunizieren, das nimmt ab, heftig ab. Gerade auch bei jungen Menschen, was mir natürlich besonders Sorgen macht. Aber das führt auch eben dann dazu, dass man tatsächlich weniger Vertrauen hat. Auch so eine Art existenzielle Unsicherheit. Und das wiederum macht uns Stress. Denn Stress ist ja nicht, dass irgendwas Schreckliches passiert, sondern dass wir das Gefühl haben, ich habe keinen Einfluss drauf. Und wenn wir ein gutes soziales Netzwerk haben, dann kann uns eigentlich passieren, was will. Wir haben Freunde und die helfen uns. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich habe das nicht, dann führt das zu einer Unsicherheit, die sehr tief geht. Und diese Unsicherheit macht einfach, dass man, kann man bei Menschen messen, vermehrt Stresshormone im Blut hat. Und dann eben alles, was Stress macht, Bluthochdruck, Diabetes, mehr Krebs, mehr Infektionskrankheiten, Hirn kaputt, alles. Das hat man dann mehr. Woran man dann stirbt, das ist Zufall. Der eine da, dann der andere da. Aber die negativen Auswirkungen, das sind letztlich die großen Krankheiten unserer Gesellschaft, also die wirklichen Krankheiten, Herz-Kreislauf-Schlaganfälle, Herzinfarkte, Krebs, die werden bedingt und bestärkt und in ihrer Wahrscheinlichkeit gefördert durch Einsamkeit. Und wenn das klar ist, dann ist klar, womit wir es zu tun haben. Sie sind in einer großen Familie groß geworden. Haben, das haben sie geschrieben, auch genossen, dass es da Geschwister gab und Eltern gab und dass man miteinander was gemacht hat, unter anderem Musik, das finden sie auch ganz wichtig. Jetzt haben wir immer mehr Single-Haushalte. Wir haben auch Ein-Kind-Familien ganz viel. Sind das Entwicklungen, die der Einsamkeit noch Vorschub leisten? Ja, natürlich. Also gerade die Zahlen für Deutschland, die sind schon beeindruckend. In den letzten 15 Jahren gab es dreieinhalb Millionen mehr Single-Haushalte und etwa so viel weniger Haushalte mit drei oder mehr, also Familien auf Deutsch. Das sind dramatische Entwicklungen. Und wir sind ja nicht das einzige Land, das geht, ja, Großbritannien ist das auch so, wo Frau May ja gerade vor einem Monat eine Ministerin gegen Einsamkeit, das wurde immer geschrieben, für Einsamkeit, also gegen Einsamkeit natürlich, eine Ministerin eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob wir es auch so weit treiben sollen, aber als ich das gelesen habe vor einem Monat, dachte ich, liegt es nicht ganz falsch mit deinem Buch über Einsamkeit, einfach weil es ist ganz offensichtlich nicht nur in Deutschland ein Phänomen, es ist in großen westlichen Gesellschaften. Japan, da gibt es ganze Städte, wo nur alte, einsame Menschen leben, die wirklich kein gutes Leben mehr haben, weil sie einsam sind. Und diese Staatssekretärin Tracy Crouch in Großbritannien, die ist jetzt nicht beim Gesundheitsministerium, sondern beim Sportminister. Was kann die denn eigentlich machen? Wir können ja nicht eine Gesellschaft dazu zwingen, Großfamilien wieder zu etablieren. Und wir können sie auch nicht zwingen, miteinander etwas zu tun. Gibt es Rezepte dafür aus der Erfahrung, die Sie selber gemacht haben, aus der Familie? Ist es ein großer Vorteil, eine größere Familie zu haben mit mehreren Geschwistern? Das wäre ja auch noch kein Rezept, denn das kann man schlecht selber ändern. Aber ich denke mir, zunächst mal ist es wichtig, bei solchen grundlegenden Fragen, dass man ein bisschen in sich geht und sich überlegt, was ist denn da gerade los? Ich bin kein Fan von die sechs Rezepte gegen das und für das und so weiter, weil da wird es dann schnell sehr oberflächlich. Aber man kann sich schon überlegen, was kann man denn tun? Und ich meine, so eine Ministerin, die kann vielleicht ein paar Akzente setzen oder auch ein paar Rahmenbedingungen verändern. Also Beispiel, man kann sich überlegen, brauchen wir wirklich mehr Zwei- oder Drei-Zimmerwohnungen? Brauchen wir wirklich mehr Altenheime und Kindergärten? Oder können wir nicht mehr Generationenhäuser bauen, wo die älteren Menschen den Kindern vorlesen, wo beide was davon haben? Und ich glaube, kleine Dinge können da sehr viel bewirken. Beispiel auch noch, wenn Menschen in der Natur sind, sind sie plötzlich sozialer. Das machen, weil wir sind Menschen, seit Jahrhunderttausenden sind wir in der Natur und erst seit ein paar hundert Jahren in Städten und in Betonwüsten. Und deswegen sind wir einfach von unserer Lebenseinstellung offener und auch gegenseitig sozialer, wenn wir in der Natur sind. Das kann man nachweisen, messen, das ist x-mal nachgewiesen worden. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, wenn ich ein bisschen mehr für Begrünung sorge, auch in Städten, dann sorge ich nicht nur für saubere Luft und dass es ein bisschen schön aussieht. Nein, ich sorge auch für eine andere Qualität des sozialen Umgangs miteinander, weil das Grün einen besseren Umgang der Menschen miteinander bewirkt. Und wenn man das weiß, dann kann so eine Ministerin auch dafür sorgen. Und wenn sie beim Sport ist, Sport ist ein Gemeinschaftsphänomen und da geht es immer nicht nur gegeneinander, es geht vor allem auch miteinander, gemeinsam was schaffen. Und so, dass wir Musik, haben Sie erwähnt, es ist auch etwas, das macht alleine ein bisschen Spaß, aber richtig in der Gruppe ganz viel Spaß. Das sind alles Dinge, die man für sich finden kann und für sich aufsuchen kann und machen kann, bewirken kann. Wenn man sich mal überlegt, was kann ich eigentlich selber tun gegen dieses schleichende Fortstreiten von Einsamkeit und sozialer Isolation. Aber man kommt an bestimmten Lebensphasen ja nicht vorbei. Wenn Sie Ihre fünf erwachsenen Kinder großgezogen haben und die haben irgendwann gesagt, Papa, das war alles wunderbar, aber jetzt wollen wir in die große weite Welt ziehen. Wir studieren da und da und wir arbeiten da oder doch. Das war genau so. Das war genau so. Aber dann sind die irgendwann nicht mehr da. Das ist ein enormer Einschnitt. Das ist so ähnlich wie der Einschnitt oder vergleichbar mit dem Einschnitt, den man erlebt, wenn das Kind das erste Mal in den Kindergarten geht oder in die Schule geht, dann gibt es plötzlich eine andere Institution. Man muss das Kind ja auch abgeben. Das sind aber Dinge, die man nicht vermeiden kann. Ich glaube, Ihre Kinder hätten auch gesagt, wenn sie gesagt hätten, bleib mal hier, du spinnst ja wohl, ich gehe natürlich. Und das ist ja auch richtig so. Dann plötzlich das Gefühl der Einsamkeit, der abgetrennt hat. War das bei Ihnen so? Nö. Also ich habe es immer genossen, wenn die Kinder flüge wurden und sich selbstständig gemacht haben. Aber mehr, wenn sie zurückkamen. Es ist immer der. Also es ist auch schön, wenn die zu Besuch kommen. Und das genieße ich jetzt natürlich auch. Und ich habe auch schon zwei Enkel. Ein Dritter ist am Werden. Und das genieße ich sehr. Natürlich, klar. Aber dann gibt es schon eben die Zeit, wo man dann nach Hause kommt. Und da war sonst immer jemand und da ist jetzt sonst eben keiner. Und das ist schon etwas, das merkt man erst mal gar nicht so. Und irgendwann mal, wenn man vielleicht auch gerade aus einem anderen Grund nicht so gut drauf ist, dann merkt man, hey, du hockst jetzt hier ganz alleine rum. Das war früher anders und eigentlich war es früher schöner. Und dann geht man in sich und naja, ich bin Wissenschaftler und Psychiater und beschäftige mich mit vielen Dingen und diesen Sachen sowieso. Und ich kenne das von vielen Patienten. Dann hat es auch mich betroffen. Und so habe ich mir dann auch meine Gedanken gemacht. Und bin dem auch mal richtig in die Tiefe nach, habe gebuddelt sozusagen. Also das heißt, der Psychiater konnte sich selber ein bisschen therapieren. Ist das so? Oder wäre das übertrieben? Das wäre übertrieben. Aber ich glaube schon, dass man, also ich schätze zum Beispiel zusammen sein mit Freunden zunehmend. Das habe ich früher auch geschätzt. Aber es war irgendwie selbstverständlich. Und man hat sich auch nicht so drum bemüht oder gekümmert. Und heute gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Das sind Kleinigkeiten, die wahrscheinlich, wenn jetzt Freunde zuschauen, würden sagen, was meint der eigentlich? Aber es ist so. Man macht Dinge bewusster, die früher einfach so irgendwie waren. Und ich glaube, dass das so ein Anfang ist. Ich halte nichts von Schulterklopfen, geh mal in den Kirchenchor oder in den Sportverein. Das funktioniert nicht. Aber sich klar zu machen, Naturerleben ist was Positives, auch was das Gemeinschaftsgefühl und die Abwehr von Einsamkeit anbelangt. Ich kann sogar Einsamkeit aufsuchen in der Natur und werde dadurch ein sozialerer, also weniger einsamer Mensch. Das ist das Paradoxe. Aber das ist doch eigentlich gar nicht Paradox, weil wir befinden uns ja als Menschen in der Natur. Wir sind ja Naturgeschöpfe. Genau so ist es. Und insofern werden wir ja von der Natur wieder aufgenommen. Also wir finden uns ja in ihr wieder, wenn wir nicht völlig verblendet sind. Genau. Und wir finden uns auch eben als soziale Wesen wieder. Und das Interessante ist, zum Beispiel die Menschen, die im Wald sind, spenden mehr als die, die in der Betonwüste sind. Oder sie sind freundlicher miteinander, sie helfen sich auch, wenn der eine missgeschickt passiert, ist man hilfsbereiter in der Natur als unter Beton. Und das ist einfach interessant, dass Menschen so reagieren. Aber das hat ja was mit Empathie zu tun. Wenn wir uns angucken, wie sich Gesellschaft verändert, haben wir jetzt über die Single-Haushalte gesprochen. Da haben wir gesprochen über Ehe und Familie, die immer geringere Zahl von Kindern, die Familie, die im Zweifelsfall auch sehr häufig auseinanderbricht. Gucken wir uns doch mal an die Arbeitswelt. Da gibt es jetzt das Homeoffice, bejubelt. Alle können zu Hause bleiben. Sie brauchen nicht mehr die Fahrt zum Büro zu machen, sitzen zu Hause und arbeiten ihre Sachen ab. Ist das gut oder schlecht? Das ist eine gute Frage. Das ist für manche, die vielleicht noch ein Kind haben, was man zu Hause beaufsichtigen kann und sich dann flexibel das einteilen kann, gut. Aber ich persönlich glaube, dass wir uns damit erneut die Chancen für kleine Kontakte, Ich meine, auch in der Wissenschaft, der wichtigste Raum ist nicht das Labor, sondern die Teeküche, wo so die abgehalfterten Kaffeetassen drinstehen und ein paar Postkarten aus den Urlauben von ein paar Mitarbeitern. Aber da trifft man aufeinander, da rennt man sozusagen ineinander. Hey, ich habe da gerade ein Problem, was meinst du? Und da passieren die kreativen Dinge und da passiert auch sozusagen das Leben, auch im Labor und auch in der Wissenschaft, in der Medizin sowieso beim gemeinsamen Kaffeetrinken, wenn man sich eben ausspricht und mal wieder schnell das und das und das klärt. Und wenn man in solchen Bereichen arbeitet und ich arbeite ja, seit ich arbeite, nur in solchen Umgebungen, dann weiß ich, wie wichtig diese Interaktionen sind. Weswegen also Homeoffice in der Medizin, ja, der Radiologe kann am Bildschirm alles beurteilen, kann es auch diktieren. Und man kann sich ja vieles auch diktieren kann ich auch zu Hause. Aber wichtig ist trotzdem die Interaktion mit den Menschen, sonst klappt, sonst zerfällt die ganze Struktur. Ja, aber dann machen wir das im Augenblick doch völlig falsch. Der Mediziner in Ihnen, der sagt, wissenschaftlich untersuche ich das Phänomen an dem Bild, was ich bekommen habe aus der Radiologie. Aber wenn ich den Menschen nicht gesehen habe, weiß ich ja gar nicht, was da hinter steckt. Also da kann irgendein Phänomen von Ihnen wissenschaftlich als Arzt beurteilt werden, aber ich weiß ja gar nicht, wo das herkommt. Richtig. Wir haben aber jetzt nur noch wenige Minuten pro Patient. Also da wird ja gar nicht mehr der Mensch als Mensch aufgefasst, sondern das ist ja nur eine Art von... Ja, das ist eine ungute Entwicklung. Wir haben natürlich auch gestern oder vorgestern war es in den Nachrichten, wir haben mittlerweile Gesundheitskosten von einer Milliarde pro Tag in Deutschland. Und da kann man sich fragen, oh Gott, wo geht denn dieses ganze Geld hin? Wenn man überlegt, wir haben ja auch 85 Millionen Leute, dann ist das auch wiederum nicht so viel. Aber man muss sich überlegen, wir haben in der Medizin halt leider das Phänomen, dass wir uns um die Absicherung vor Fehlern, die justiziabel sind, mit höllischem Aufwand kümmern. Wir machen noch drei Untersuchungen, damit klar ist, dass das alles ausgeschlossen ist, obwohl es sowieso ganz unwahrscheinlich gewesen wäre. Aber was wir dann eben nicht mehr haben, ist das Geld nochmal drei Minuten zu reden, weil da fehlen dann die Stellen und die entsprechenden Leute. Und da sind wir jetzt schon zu weit auf der operativen Seite und zu wenig weit auf der, ja, mal miteinander reden Seite. Und ich glaube, dass wir, und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt Psychiater bin, sozusagen Vertreter der sprechenden Medizin, sondern das würden mit Sicherheit Chirurgen und andere auch unterschreiben, dass wir vieles machen, weil der Rechtsanwalt sonst uns vielleicht irgendwie einen Strick drehen könnte und vieles dann nicht mehr machen, weil wir dafür keine Zeitung und auch kein Geld mehr haben. Und das ist eine Balance, die ist ein bisschen eben aus der Balance rausgeraten. Sie haben sich sehr intensiv, das habe ich am Anfang gesagt, mit Computertechnik beschäftigt und den Auswirkungen auf die Hirnentwicklung bei Kindern. Sie haben das sehr kritisch gesehen. Sie sagen, der Aufwand, um Kinder an den Computer, gerade in der Grundschule zu bringen, ist ein Negativer. Der wirkt sich negativ aus, weil bestimmte Hirnregionen gar nicht ordentlich entwickelt werden. Aber was ist denn eigentlich mit einer Gesellschaft, die im Internet nur noch einkauft, die sich also gar nicht mehr in die Geschäfte bewegt, weil das so unglaublich praktisch ist, und einer Gesellschaft, die sich Zuwendung, wir haben gerade vom Arzt gesprochen, Zuwendung, auch zeitliche Zuwendung eigentlich nur noch kaufen kann. Also ich kann zu einem Arzt als Privatpatient gehen, das wissen Sie gut wie ich, der hat mindestens die doppelte Zeit für mich zur Verfügung. Aber das wird erkauft. Ist das eine materielle Gesellschaft? Ja, das ist eine Gesellschaft, die will man irgendwann mal nicht mehr leben, vor allem deswegen, weil gerade die Bildschirme die Entwicklung von Empathie bei jungen Menschen verhindern. Und zwar nachweislich Empathie gegenüber Eltern, Empathie gegenüber Freunden. Und wenn wir nur noch mit Zombies unterwegs sind, die, wenn ein Motorradfahrer verunfallt und stirbt, den Filmen und den Film online stellen, statt ihm zu helfen oder einfach nur bei ihm zu sein. Und das haben wir ja. Da liegt einer vor dem Geldautomat und die ersten vier steigen über denen und der fünfte hilft. Das sind Zeitungsmeldungen, die mich aufhorchen lassen. Oder Polizisten, die mir erzählen, wenn sie uns vielleicht mal agitierte Patienten bringen, ich rede immer wieder mal mit denen und dann sagen die, wissen Sie ja, Spitzel, Schlägereien gab es schon immer. Aber hintreten, wenn der sich nicht mehr rührt, das ist neu. Das haben wir jetzt. Also diese, ja schon, Verlust von Empathie. Es wird vielmehr das Wort ich verwendet, das Wort wir wird deutlich weniger verwendet über die Zeit hinweg. Das kann man zeigen anhand der Auswertung statistisch von Literatur. Also da passieren Dinge, die schleichend passieren, aber die uns nicht gut tun und die wir einfach erkennen müssen und wir müssen darauf reagieren. Da bin ich der festen Überzeugung. Aber wenn Sie von einem Verlust an Empathie sprechen, der sich überall in der Gesellschaft zeigt, das ist ein Phänomen, was wir vor allen Dingen auch bei Gewaltkriminalität, Sie haben es gerade erwähnt, sehen, aber eben auch bei dem Rettungssanitäter, der getreten wird, weil er den Weg nicht frei macht. Er hat gerade ein Opfer. Ein 18-Monate-Kind war es neulich, musste reanimiert werden und ein anderer wollte ausparken und hat sich sehr beschwert. Wenn diese Empathie nun plötzlich nicht mehr in dem Maße vorhanden ist, wie wir die unterstellen, dass sie mal war, wodurch kommt das? Ist das tatsächlich auch ein Phänomen des Individualisierens der Menschen, der größeren Einsamkeit, des größeren Alleinseins? Weil ich kann ja nur Empathie empfinden, weil ich mit Menschen nicht nur groß geworden bin, sondern auch weiterhin interagiere, wenn ich mit denen zu tun habe, wenn ich mich in die hineindenke und sage, mein Gott, das ist aber ein richtig schwieriges Problem, was du da hast. Wenn mich das nicht interessiert, weil ich ohnehin alleine bin, entwickle ich doch gar keine Empathie. Ist das auch eine Hirnentwicklung oder Rückführung? Also es ist auf jeden Fall so, dass Empathie nicht einfach so von sich heraus entsteht, genauso wenig, wie wir von uns heraus sprechen lernen oder laufen oder irgendwas. Wir müssen das tun, machen und Empathie lernt man da, dadurch, dass man miteinander umgeht und unmittelbar erlebt, wie sich das Gesicht verändert, wenn jemand Schmerzen hat, wenn einer weint, wenn einer lacht und so weiter. Das geht am Bildschirm nicht. Und dieses Erleben muss gerade bei der kritischen Entwicklung bei Kindern, also zwischen 0 und 20 Jahren muss das passiert sein. Meine Diagnose der gegenwärtigen Zeit wäre, es passiert weniger, weil wir ganz viel, die häufigste von 6-Jährigen benutzte App ist Facebook. Also wer schon mit 6 sein Sozialleben per Bildschirm abwickelt, der hat schlechte Karten, Empathie zu entwickeln. Das ist doch klar, das muss so sein. Und die Hirnforschung kann dazu noch einiges an Daten liefern, brauche ich aber eigentlich gar nicht, wenn ich ein bisschen vernünftig darüber nachdenke. Und dann wird es eben schon problematisch, wenn wir dann sogar sagen, wir müssen das in den Schulen jetzt auch noch einführen. Es gibt keinerlei Daten, die zeigen, dass irgendjemand schlauer am Computer wird. Die gibt es nicht. Es gibt nur eine große Lobby, die Geld verdienen will. Und die Daten, die es gibt, die zeigen, wenn sie tatsächlich die Schulen so komputerisieren, wie wir es jetzt mit 5 Milliarden machen wollen, dann wird das Lernen etwa 20 Prozent schlechter werden. Aber jetzt müssen wir über die Maßnahmen mal reden. Und wer kann denn dafür was tun, dass eine Gesellschaft wieder solidarischer wird, dass man mehr Empathie wieder entwickelt, dass diese Hirnregionen wieder aufblühen und dass man tatsächlich miteinander etwas macht? Ja, ich glaube, da können wir alle was tun. Eine Ministerin kann Rahmenbedingungen ändern, aber jeder von uns, die stillende Mutter kann sich ihrem Kind zuwenden beim Stillen und nicht ihrem Handy. Dann wird das nebenbei die Nacht besser schlafen. Und es wird auch ein Urvertrauen gegenüber ihr entwickeln. Wir können dafür sorgen, dass Kinder eben gerade im Kindergarten und in der Grundschule nicht mit Medien umgehen, sondern miteinander unmittelbar, weil man nur da Sozialverhalten, Empathie lernen kann. Am Bildschirm kann das gar nicht funktionieren. Wir können dafür sorgen, dass wir alles, was diese Prozesse fördert, Natur erleben, also Pfadfinder, Musik, also Musikvereine, Chöre, gerade bei Kindern, dass wir diese Aktivitäten, mit Händen was machen, miteinander Theater spielen, miteinander Sport machen. Diese Dinge, die müssen wir mehr fördern und müssen alles, was mit Medien ist, das ist nochmal eben nicht unmittelbar. Und deswegen macht es uns nicht zu besseren Menschen und zu empathischeren Menschen, wenn wir immer nur noch über den Bildschirm miteinander alles abwickeln. Was sagen Sie denn dann Jugendlichen, wenn sie mit diesen Vorschlägen kommen? Dann sagen die, oh Gott, das wäre das und so, mit dem alten Kram da in Ruhe. Was soll ich denn in einem Chor? Ich bin eigentlich optimistischer, als ich das war. 2012 gab es den riesen Shitstorm wegen digitaler Demenz. Mittlerweile, Jugendwort des Jahres, wegen meinem Buch, genau, digitaler Demenz, da gab es wirklich viel Zoff und viel Ärger. Und ich wurde privat viel angegangen. Und ja, jetzt bin ich ganz entspannt, weil es passieren ja viele ganz wichtige Dinge. Die Jugend versteht selber, dass das Smartphone ihr nicht gut tut. Deswegen haben die so Regeln wie, wir legen es in die Mitte und der Erste, der rangeht, zahlt die Zeche. Die haben das Jugendwort 2015 Smombi, Smartphone-Zombie entwickelt oder haben es halt hervorgebracht. Die machen selber ganz gerne ohne Medien was. Also wenn zum Beispiel Eltern es schaffen, dass die sich solidarisieren und sagen, wir geben alle unseren Kindern das Smartphone nicht in die Schule mit. Ich kriege Mails von Eltern, die haben das hingekriegt. Und dann fällt nämlich der Hauptgrund, die anderen haben auch alle eins. Fällt weg, wenn keiner mehr eins hat. Und dann sagen die Schüler zwei Tage später, danke, dass ihr das gemacht habt, das war eine gute Idee. Ist das so von Ihrer Erfahrung? Ja, wir reden wieder miteinander und das ist toll. Jugendliche möchten nicht nur mit dem Bildschirm umgehen, die möchten miteinander umgehen. Und genau deswegen spielen die Kinder auch viel lieber Fußball auf dem Bolzplatz als FIFA. Alle. Und der Rest, wenn dann immer gesagt wird, die sind aber doch so gerne vor dem Bildschirm, das ist das Hype. Ja, aber in der Politik ist es doch genau umgekehrt im Augenblick. Da wird gesagt, überall Computer hin. Wir müssen so gut werden wie die Chinesen, die mit drei Jahren ihre Computersoftware schon kennen. Das ist dummes Zeug. Keiner kann mit drei Jahren programmieren. Und wir können uns an den Koreanern ein Beispiel nehmen. Da kommen die meisten Smartphones her. Aber die haben eine Gesetzgebung. Wenn sie ein Smartphone kaufen und sind unter 19, da muss da eine Software drauf, die den Zugang zum schlimmsten Gewalt und Pornografie untersagt. Die misst, wie viel Zeit sie verbrauchen. Und dann, wenn es zu viel ist, den Eltern automatisch eine Mitteilung schickt. Kümmert euch besser um euer Kind. Und die ab Mitternacht den Zugang zu Spielservern sperrt. Das machen die Koreaner per Gesetz. Um ihre Kinder vor dem Schlimmsten, und sie produzieren die meisten Smartphones weltweit, zu schützen. Und ich glaube, wir müssen da hinkommen. Es tut den Kindern nicht gut. Wir müssen das erstmal akzeptieren. Und die Kinder dürfen doch nicht deren Gesundheit und deren Bildung den Profitinteressen von Apple, Google, Microsoft, Facebook und Amazon überlassen. Das tun wir gerade. Und das ist unverantwortlich. Das dürfen wir nicht tun. Ich habe am Anfang gesagt, das ist eine sehr prägnante These. Die habe ich gar nicht anders erwartet von Ihnen, nach dem, was Sie in den letzten Jahren geschrieben haben. Aber es ist eine prägnante These, die noch Raum bietet für Optimismus. Ich bin jetzt fast schon überrascht, dass das ein so optimistischer Abschluss ist. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, Herr Professor Spitzer. Dankeschön. Dankeschön.